In diesem Video schauen wir uns einmal an, was man mit der Rückseite eines Frästisches so alles anstellen kann. Und ich verspreche Ihnen, da sind ein paar richtig spannende Anwendungen dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HolzwerkenTV. Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal zeigen, dass man auch die Rückseite eines Frästisches sinnvoll nutzen kann. Und deswegen habe ich in der Holzwerken Ausgabe 95 den Bau einer Anbauplatte beschrieben. Und eine solche Anbauplatte kann man an jedem Frästisch anbauen, der über solche Unterschränke verfügt. Wichtig ist allerdings, dass die Unterschränke entsprechend dicke Rückwände haben. Also so 16 mm starke Rückwände müssen es schon sein, damit man diese Anbauplatte auch ordentlich an der Rückwand befestigen kann. Und die meisten werden diesen Frästisch noch aus einer der früheren Ausgaben von Holzwerken kennen. Das handelt sich hier um den Premium Frästisch, den ich schon im November, Dezember 2011, das ist die Ausgabe 31, vorgestellt habe. Und ich habe damals schon diesen Frästisch so konstruiert, dass es eben möglich ist, eine solche Platte an die Rückwände zu befestigen. Deswegen habe ich auch auf so Schnickschnack wie irgendwelche Ablageboxen, offene Ablageboxen, die sowieso nur Staubfänger sind, auf die habe ich bewusst verzichtet. Und ich habe darauf geachtet, dass die Kante der Tischfläche und die Rückwandfläche eine Ebene bilden. Also absolut bündig sind, sodass ich hier diese Anbauplatte dann auch befestigen kann. Und diese Anbauplatte kann den Frästisch um viele weitere sinnvolle Funktionen erweitern. Und welche das sind, das schauen wir uns mal in einem kurzen Einspieler an. Eine super nützliche Funktion ist beispielsweise das Parken des Fräsanschlags. Auf der Anbauplatte lässt er sich in weniger als einer Minute blitzschnell, absolut sicher und platzsparend an den beiden T-Nutschienen befestigen. So haben Sie im Nu die Frästischfläche frei zum Bearbeiten von geschweiften Werkstücken oder dem Einsatz verschiedenster Vorrichtungen, wie zum Beispiel diese Fingerzinkenvorrichtung. Ich schau mal hier zum Beispiel nachzudenken. Okay. Das ist ja schon! Ich schau mal hier schön! Und jetzt ist es hier so! Ich schau mal hier in der ganzen Beine! Ich schau mal hier! Sie können an der Anbauplatte aber auch mit wenigen Handgriffen eine solche Tischverbreiterung befestigen. Die hilft dann nicht nur bei der Bearbeitung großer, geschweifter Werkstücke, sondern dort lassen sich beispielsweise auch fertige kommerzielle Fräsanschläge sicher und sehr präzise befestigen. Und wenn Sie schon immer von den Möglichkeiten eines horizontalen Frästisches fasziniert waren, dann ist die Anbauplatte genau das Richtige für Sie. Denn in nicht mal einer Minute können Sie dort eine horizontale Fräsplatte anbringen. Damit lässt sich das Einsatzspektrum eines normalen Frästisches nochmals deutlich erweitern. So können Sie beispielsweise überstehende Anleimer im Handumdrehen absolut präzise und sicher bündig fräsen. Aber auch ungewöhnliche Holzstücke. Holzverbindungen wie beispielsweise diese schwalbenschwanzförmige Zapfenverbindung lassen sich mit einer seitlich angebauten Oberfräse einfacher und sicherer herstellen. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel das Zargenstück mit dem Zapfen wieder flach auf die Tischfläche legen und mit einem simplen Winkelbrett am Fräser entlangführen. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel das Zargenstück mit dem Zapfen wieder flach auf die Tischfläche legen und mit einem simplen Winkelbrett am Fräser entlangführen. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel das Zargenstück mit dem Zapfen wieder flach auf die Tischfläche legen und mit einem simplen Winkelbrett am Fräser entlangführen. Auf die gleiche Art und Weise können Sie natürlich auch gerade Zapfen anfräsen. Und wenn Sie dazu einen Spiralnotfräser einsetzen, sind auch die Zapfenflanken extrem sauber und absolut ausrissfrei. Wenn Sie den Frästisch noch mit zwei Tischverlängerungen ausstatten, dann können Sie mit der horizontalen Fräsplatte und einem Scheibennutfräser auch bequem und sicher große und schwere Seitenwände zur Aufnahme einer Rückwand muten. Und wenn Sie wieder das simple Winkelbrett einsetzen, dann lassen sich natürlich auch schmale Werkstücke nuten, beispielsweise um Schubkästen mit gefederten Außenecken herzustellen. Vielen Dank. Auch das Abplatten von Füllungen mit einem vertikalen Abblattfräser gibt mit einer horizontalen Fräsplatte deutlich sicherer und präziser. Denn auch hier können Sie dann die Füllung wieder flach auf dem Frästisch aufliegend am Fräser vorbeiführen. Eine Andruckfeder sorgt dabei für den nötigen Pressdruck und schirmt gleichzeitig den gefährlichen Fräserbereich ab. Und ganz wichtig beim Abplatten, fräsen Sie nicht zu viel Material auf einmal ab. Vor allem beim letzten Durchgang sollten Sie nur noch einen kleinen Hauch von maximal einem halben Millimeter abnehmen. Dann erhalten Sie auch eine saubere und nahezu ausrissfreie Fräsung. Ihre ganze Stärke zeigt die Horizontalfräsplatte bei der Arbeit mit einem Gärungsverleimfräser. Denn ohne diese Vorrichtung müsste man zum Beispiel den Deckel und Boden eines Korpus hochkant am Fräsanschlag vorbeiführen. Mit der seitlich angebauten Oberfräse lassen sich diese Teile dann wieder flach auf die Tischfläche legen. Und damit es am Kantenende keine Ausrisse gibt, nutzen wir einfach wieder das simple Winkelbrett. Zum Anfräsen der passenden Gegengärung an den beiden Seitenwänden setzen wir dann wieder den normalen Fräsanschlag ein. In beiden Fällen liegen die Platten also immer flach und sicher auf dem Tisch auf. Dadurch erzielen sie dann wirklich saubere und absolut passgenaue Gärungsverbindungen. So, ich hoffe, der Einspieler konnte sie ein klein wenig begeistern. Und sie haben festgestellt, dass auch die Rückseite eines Frästisches doch ziemlich viel Potenzial bietet, um irgendwelche Dinge oder Vorrichtungen daran zu befestigen. Und der Bau einer solchen Anbauplatte ist auch nicht wirklich schwierig und es ist auch alles ganz genau in der Ausgabe 95 von Holzwerken erklärt. Und ich bin mir sicher, dass ihnen das eine oder andere Zubehör noch einfällt, dass man an dieser Anbauplatte befestigen kann. So, das war es dann heute mal wieder von mir. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Also, bis dahin, machen Sie es gut und tschüss! Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen. Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.